Hallo liebe digitale Apotheke. Wir kommen gerade aus einem Workshop vom Expertenzirkel. Und wir haben über die Zukunft der Apotheke vor Ort diskutiert und wie das alles im Zusammenhang mit New Work steht. Und natürlich sind dabei die Themen Nummer eins angesprochen worden. Wie finde ich gute Mitarbeiter? Wie sieht meine Präsenz in Social Media aus? Was sind die richtigen App-Plattformen? Alles spannende Aspekte. Nur eins ist für mich das, was am meisten aber rausgekommen ist. Wir haben jetzt hier gerade wirklich mit vielen Leuten intensiv gearbeitet und es ist irgendwie klar geworden, dass wir uns miteinander vernetzen müssen. Wir Apotheker sind verantwortlich für unsere Geschicke der Zukunft. Darum möchte ich euch noch einmal einladen. Guckt euch an, was wir mit Laboration.de vorhaben. Kommt dazu, lasst uns miteinander arbeiten und gemeinsam für die Zukunft der Apotheke vor Ort einstehen. Meldet euch an, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.